Vielleicht arbeiten Sie ja auch in einer Umgebung, wo Sie ab und an die Sprache im Camtasia wechseln müssen. Ich hatte das Problem, ich musste ein englisches Video über Camtasia machen, habe die deutsche Version deinstalliert und dann die englische installiert. Nachdem ich damit fertig war, habe ich die englische Version wieder deinstalliert, ganz normal übrigens, über die Einstellungen von Windows und habe dann wieder die deutsche Version installiert. Komischerweise ist es folgendermaßen, dass einige Effekte, wie zum Beispiel die Cursor-Effekte, Audio, aber auch die visuellen Effekte, behalten dann ihre englischen Bezeichnungen, obwohl der Rest der Version in Deutsch ist. Das Problem kann ich aber ganz einfach lösen, indem ich auf Bearbeiten, Optionen gehe, dort auf Erweitert und dann ganz unten Camtasia auf die Standardeinstellungen zurücksetze. Dann wird zum Beispiel auch die Liste mit der zuletzt verwendeten Projekte gelöscht und alles wird wieder so zurückgesetzt, als ob Sie Camtasia auf einem neuen Rechner installieren. Klicken zurücksetzen und OK. Das Wichtige ist, Sie müssen Camtasia jetzt einmal schließen und ab dem Moment sind Ihre Effekte wieder auf die deutschen Bezeichnungen zurückgestellt. Klicken zurücksetzen und ab dem Moment sind Ihre Aufmerksamkeit.